Die Verbindung aus Kundenberatung, Gestaltung und Herstellung von Metallobjekten setzt Handwerksmeister Hans-Joachim Phillips in seinem Koblenzer Unternehmen auf besondere Weise um. Denn der Weg aus den Präsentationsräumen, in denen er seine Ideen auf Papier bringt, hinein in die Werkstatt ist kurz. Nach wenigen Metern ist er dort, wo seine Ideen Wirklichkeit werden. In 25 Unternehmerjahren hat sich Phillips in der Metallgestaltung für Haus und Garten einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Mit 70 D-Mark Monatsumsatz hat der Handwerksmeister 1986 als Unternehmer begonnen. Doch die Kundin, die den Auftrag Nummer 1 gab, hat Phillips die Treue gehalten. Kein einziger Kunde ging dem Metallgestalter verloren, der wöchentlich 70 bis 80 Stunden arbeitet. Ein Überzeugungstäter, den Handwerkspezial in seiner 50. und 150. Ausgabe vorstellt.